Oh fuck Wo bist du denn? Ich hab nur mal zwei Leben Ähm, ich sehe dich Oh, ich bin tot Ich belebe dich wieder, wenn's geht Oh, danke Oh, danke Oh, 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 oh Hinten Dir Oh Gott Hinten auch noch Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Together mit mir dem Programm Magic und dem Twixize Guten Tag Und zwar Fangen wir jetzt an mit Sagen wir mal Wir zeigen euch alle Modus Die es so in Battlefield 4 gibt Und wir beginnen jetzt mal mit Ähm Mit dem Modus Vorherrschaft Und ja Dann join wir mal jetzt hier Oh fuck Gleich mal weggebashed Wo bist du? Ah Wurde schon wiederbelebt Oh Ich hab kein gutes Gefühl Wenn ich mich hier ist, wiederbelebe Psst Ähm, wo bist du? Ähm, ich Ja Ja Ich bin hinter dir Die erste Hilfe ist unter dir Nehm Oh, hinter mir Ach, wieso bin ich hier weggekommen? Ich lebe nicht mehr wieder Oder bist du schon tot? Nee, ich weiß gar nicht wo du bist Ja, da um 6 Oh, ich hab gleich weggekommen Oh Okay, schauen wir mal Wie lange du schon überlebst Oh Okay Ah, ich muss ihn raus Oh Oh Achso, ich dachte so Oh Oh Ich hab keine Munizion mehr Das ist schlecht gerade Das nehme ich die Waffe Oh nein Nein Von hinten Ich muss die, die Shotgun Die wollte ich jetzt auch mal freischalten Also die QBS Die ist eigentlich auch gut Ali Hat man ja fast 100 Schaden Also, wenn man schießt Ja Dann müsstest du Pionier spielen Ne, das ist Versorger glaube ich Au, boah, komm! Kann sein Ich hab sie freigeschaltet, ich weiß auch nicht mehr wo Ja, komm, Moment, ich schau gleich Ah, das war dumm Ähm Ah, well Versorger, ja Ja, wo bist du denn? Ja, hier kommen gerade viele Ich komm hier Zu dem Kerl da Gehen wir zu C? Ah, ja Was geht noch? Schwerer Lauf Oh Wo ist er hin? Tod Glaub ich es irgendwo Hinterhins Ah, Achtung Wo sind der? Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Oh nein Ach, perfekt, alles auf Video Ich geh mal zu dem da Ich geh mal zu dem da Der ist bestimmt noch da Was so ruckelt denn das jetzt immer ein bisschen Ah! Ich hab den Oh nein Überhaupt nicht gesehen Oh, ruckelt das bei dir auch irgendwie? Ne, gerade nicht Doch, haben wir irgendwie schauen Rams, oh irgendwo Ach, Achtung! Ach, Achtung! Ach, Achtung! Ach, Achtung! Ach, Achtung! Oh ich Ich, ich Ich spawne immer da Wo man stirbt Ja Ich spawne immer da Ich spawne immer da Man, 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 man so Ja, ich hab ihn aber noch Lass mich hier rum, man Ach Ach, ist auch ein bisschen blöder So, da ist er ein bisschen klein Und, ah Ob ist nur Äh, ok Der ist tot wahrscheinlich Ja, bei 10 Ok, das ruckelt bei mir aber wahrscheinlich gar nicht Er ist nicht mehr Oh, wie ein Gamer hat gehört in der Sniper in der Hand Was? Was? Ach komm Von hinten Oh Held zu ziehen Oh, ich brauche Punkte Ja, mal Medikid Ja, mal Medikid Oh, oh Ups Moment, ich verlebe dich wieder Achtung! Kacke, du bist weg Oh mein, Granate! Hallo, ich will hier rein Cacke, du bist weg Oh nein Oooh Aua Ah Fuck, ich hab überhaupt nicht getroffen Huuuuhh, Hankeleiter Uuuuh, oh meinst Oh, Hankeleiter Ich bin weg. Ich auch. Okay, gehen wir mal zu dir. Einfach mal raufballern. Oh man. Wie bist du denn? 2b Oh, ist ja schlecht. Au, ich muss mal kurz healen. Hier heal. Ich habe deine erste Hilfe. Au. Weiii. Kannst du mich wiederbeleben? Danke. Okay. Warte mal. Ah! Anklate! Warte. Oh man. Oh man. Okay, ich gehe hier weg. Von wo? Von unten. Oh man. 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 Ja genau. Oh. Ich habe dich noch wiederbelebt. Danke. Danke. Dein Thema toller Mann. Spielen wir noch eine Runde oder lassen wir das jetzt hier so? Ich glaube noch eine Runde oder? Ja. Da sind wir so in der Mitte irgendwo rein. Hast du Amnesia schon weiter gespielt? Nee, noch nicht. Ich wollte es gestern spielen, aber da ist ja Dings da. Ein Aufnahmprogramm hat irgendwie nicht so funktioniert wie ich das wollte. Aber ich bin gespannt wie das so wird. Es geht so. Erst ist man extrem ängstlich und dann geht's dann. Ja, da kommt bestimmt noch irgendwann mal was. Ja, wo man sich mehr erschreckt wahrscheinlich. Ja. Ja, bestimmt. Vergiss mich. Dann fängst du wieder an zu lenken. Aber ich finde die Map denn eigentlich relativ gut. ist eigentlich meine lieblings map ich freue auch bis jetzt es kommen ja diese neuen maps jetzt raus gibt es nur bekommt man die nur für battlefield also wenn man premium hat ja da kannst du auch so kaufen das ist sowas wie shine rising aber keine reisen habe ich mich gekauft das ist irgendwie schon dabei gewesen ja das war dabei aber scheine reisen kann man auch so kaufen okay offensichtlich haben sie b schon eingenommen hier bekommt man auch nicht so viele punkte wie beim normalen ja also das liegt daran dass die runden kürzer sind nein er hat nicht mehr viel null das versteht nie wieso kann man bei null leben überleben das habe ich sehr oft das habe ich jetzt ich habe das alles noch in so einer extra ordner ich glaube zehn leute oder so ich habe das immer aufgenommen ich habe das so oft wirklich so oft gestern auch die ganze zeit immer nur es sollte mal gefixt werden warum lädt das bei mir so lange okay ich gehe zu dir du bist noch nicht drin okay jetzt bin ich drin jetzt bin ich drin aber er macht sie zu was wie ging das oh oh eyy das war blöd okay okay oh Oh, anknall hat er... NEIN! Er ist so kack spät gekommen. Sex Leben, komm! Warte, ich geh mal hier lang. Hör doch mal! Nein, nein! Oh... Das war wirklich Glück. Oh, soll ich mal in der Zwischenzeit Dings spielen? Ja, lieber fürs... Ja, komm, spielen wir mal. Ich spiel jetzt mal kurz Versorger. Macht bestimmt auch Spaß. ich mag solche riesen schade denn was bist du ich bin gerade bei ich bin jetzt mal zu hau rüber was soll da bist du Alter, war das knapp. Da ist vorhin auch keiner gestanden. Oh, da sind welche. Ich weiß ja niemand mehr. Jetzt schießen die denn, du voll idioten. Nee, die war für GTA eigentlich. Mit welcher spielst du? Meta, äh, boah wie heißen die jetzt? Irgendwas mit TP oder sowas? TP, irgendwas? Keine. Ich schau. Ja, gleich nach. Ah, ich bin ja kein... Oh, ich bin ja kein Sanitäter, Mann. Oh, fuck. Wo bist du denn? Ich hab nur mal zwei Leben. Ähm, ich sehe dich. Oh, ich bin doof. Ich beleb dich wieder, wenn's geht. Oh, nein. Tja, 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 tja. Ja, tja, 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 tja. Oh, danke. Oh, hohohohohohohohohohohohohoho, hinten. Hier. Oh Gott. aber auch das sind auch auch das sind drei 4 v 1 ja ich gehe jetzt mal hoch zum Hallo, wieso wechsle ich Waffe? Oh fuck, ich wusste es von links. Ah und 10-6. Lässt es sich auf jeden Fall mal aufräumen. Soll ich jetzt mal? Hier. Aaaaaaah! Aiaiaiaiai. Ich kann ihn jetzt nicht mehr. Wieder wieder. Wo sind die? Wo sind die? Ja. Ja. Nein! Da, ey. Boah. Ich gebashed. Boah. Oh Gott. Oh Gott. Oh, lange braucht es. Da dauert es noch nie wieder freitschlagen. Ja nicht mehr so lange. Ja nicht mehr so lange. Noch 4000 Punkte ca. Äh bisschen was. Ja. Geh zu leer. Ja nicht mehr. Ja nicht mehr. Ich hab jetzt noch was vorigeschalten. Ob wir kommen oder sowas. oh sorry oh mein Gott Ich sehe alles perfekt Wieso spune ich hier? Das ist keine gute Idee Ah Ich hab irgendwas bekommen grad Der Tango Oh Oh Unterholztarnung Wunderbar Nein der ist gleich tot Nein Das ist mein Kill Oh fuck wie so leide ich noch Oh leide ich noch Oh oh Hallo von wo? Oh Ah hier Ah ja ja Elf elf Das ist nicht gut Nicht gut Wie viele Punkte brauche ich denn noch? Ah Ich bin ja im Grunde gegangen Ne 3.000 Ah Fail 3.000 Punkte brauche Ok du bist jetzt tot Wie schlecht Ich sterben bin Ich hoffe nicht viel danach man Oh Nein Oh der hat diese Shotgun Der kann man eigentlich Wunderbar schießen Oh genau vom Gegner gespawnt Mhm Ich kann mal zu dir Oh Wieso Von wo Von wo Von wo Oh Wird man einmal bei dir gespawnt Oh Ich jetzt mal zum Skordleder Hilfe Einfach um Ziel ein Oder man kann nicht die Waffe Ja Kommt jemand hoch? Ah Wieso Ich bin eine andere Waffe gewöhnt Oh Oh Ist der noch voll hart Alter Ich laufe jetzt mal So easy peasy rein hier Ah fuck Das eine andere hat den Oh Ich hab keine Ahnung Komm mal zu mir Oh 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 Ah Ah, 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 ah. Ich hab mal so ein Sport rüber. B, 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 B. Ich sehe hier nicht mehr. Ah ja, ich habe auch noch einen bekommen. Yeah. Oh, danke. oh alles wegen meinem kaputten mausrad ich kann nie die waffen wechseln wuuu ich hab n dings ah ich hab die T-Y-P die Typ und die zweite da die Type 8 80 oder wie die heißt ah von ihm hab ich auch noch ah die hast du ja die geht schon und der ist jetzt gleich fertig oder ja der Mikro verändert sich ganze Zeit so und fertig ist der an zu zu oh nein das ist das ist das ist das ist ja durchmachen und ja dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschüss das